Nochmal. Eine Kammer? Nee, ich hab noch einen ERG-Drink. Oder nicht? Entschuldig, Max. Was ist los? Ziehst du meine Fläche? Okay, Felix, steck richtig in der Scheiße. Bist du mal jetzt? Ja, das weiß ich doch. Nee, weiß ich nicht. Die hat mir vorhin gesagt, dass sie nicht liebt, Alter. Ratti? Die hat mir gesagt, dass sie nicht liebt. Bullshit, Alter. Bullshit, Junge. Das ist ein total harter Tobak. Als ob, Alter, die will ich doch nur rumkriegen, ey. Das ist doch alles nur geschwafelt, da. Hier. Was willst du denn jetzt machen? Ich weiß es nicht, ey. Dann steigst du doch nicht drauf ein, oder? Ja, Mann, das Einzige, was ich weiß, dass ich ein total schlechtes Gewissen habe. Ja, zu Recht. Aber hör ja nicht darauf, dass die dich liebt, da, oder was. Ich, 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 ich... Ich muss dir das einfach sagen, ey. Jetzt. Wir, wir wollten, sie wollte neu anfangen, und das will ich auch. Ja. Ja, wunderschön. Was ist denn? Was ist denn? Der kommt sofort. Der guckt, wie glücklich sie ist, ey. Ich will nicht direkt mit einer Lübe wieder da reinsteigen. Ich weiß noch, wie ich mich da angepisst habe. Pass mal auf. Wir sind hier am Asch der Welt, ja? In so einer richtig fetten Hütte hier, ja? Und macht richtig Spaß. Wolltest du den Spaß jetzt versauen? Nein. Nein. Pass mal auf. Warte wenigstens, bis sie wieder in Köln sind. Wenn dir jetzt hier die Bombe platzen lässt, dann kannst du jeden Film abschmeiden. Verstehst du? Ja. Ich kann dir aber einfach noch in die Augen gucken. Weil ich es dir... In Köln kannst du dir doch sagen.